Jo, was geht? The One Only ist wieder Dach für euch am Start Sorry, ich habe es gesagt Okay, okay, jetzt kommen wir Erstmal müssen wir dramatische Musik einblenden Genau Das ist das erste Das erste Duell Zwischen dem Jan und dem Benny In FIFA 18 mit einem richtig heftigen Team Ja, wäre auch irgendwann mal Irgendwann eine Sommerzeit Oh mein Gott Und dann auf der Arbeit Oh mein Gott 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 Das Team glaube ich The One Only Benji oder so heißt Dachte er, dass wir No Hand Gaming sind Und am Ende hat er einfach nur Scheiße gespielt Egal Jo, was geht? The One Only ist wieder Back für euch am Start Und herzlich Willkommen zur allerersten Fatal Tots Folge von Scorpion FIFA Wir haben uns unser Team erspielt Jo, was geht? The One Only ist wieder Back für euch am Start Und herzlich Willkommen zur allerersten, zur zweiten, zur dritten, zur vierten, allerletzten Folge von Fatal Schöne Tore erzielt Benjeda Erster Schuss Erstes Tor Mach da noch mal ein Ding rein Komm Benjeda Jawohl Mertens Oh, schönes Tor hier von Mertens Benjeda Jawohl Oh mein Gott 3-3 Jawohl Komm jetzt drücken wir mal durch Jetzt, jetzt, jetzt Und da ist das Tor Jawohl Die schickige Flank hat endlich funktioniert Dankeschön An Twins, Fyffa Und Wage Grids verteilt Und Kriegen wir den Wage Grids? Wir kriegen den Wage Grids? Alles klar, Wage Grids? Bin das so kacke Back, Mann Geh raus, Junge Geh raus Jawohl Seid ihr bereit Für das Halbfinale? Jo, was geht? Und herzlich Willkommen zum Halbfinale von Fatal Mann, was ist das? Ich hasse dieses Spiel Ohne Scheiß Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat Wenn es so ist, könnt ihr gerne Ein Like da lassen Haut rein Bis zum nächsten Mal Und tschau Ja Ready? Hey! Let's go! Back! Yo, once again I'm back around Real shit back in style Haters reconcile I'm so black and proud First class tickets now Feet all in the eye Everybody looking down Everybody get red when you brown, huh? Looking me up I'm putting it down You picking it up Checking the models They want us to go to college Just so we can be stuck Go to school to make a living Or teach yourself to make a fortune Common sense Welcome to the apocalypse Bitch, I'm one of the horsemen I don't need your endorsement I don't need reinforcement Giving you your last warning Cause I'm at my five Yeah I'm at my I'm at my pride Whoa Uh Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head Would you say something's missing? If you could give all your riches Just to say the word Would you risk it? These politicians so old Can't tell if they're dead Where they living Better ask Kathy Griffin You know I like to raise stakes We was always top to hit the gas We didn't even know they made breaks We control our own fate Watching dreams take shape Try to keep us out We gon' freak out Turn this bitch to water cake I don't need your mandate Don't need you to elevate I'm about to detonate Cause I'm at my prime Hey 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 I'm at my prime Hey, hey, I'm at my prime Said I'm at my prime Oft stellt man sich diese eine Frage Diese entscheidende und wirklich wichtige Frage Die, wenn sie beantwortet wird, viel verändern kann Wir stellten uns genau die gleiche Frage Immer dann, wenn wir fast am Abgrund standen Und selbst schon fast fragten, ob das hier alles noch Sinn macht Diese Frage lautet Wer sind wir? Und jetzt können wir sie beantworten Yo, was geht? The One and Only ist hier für euch am Start Und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video Okay 607 Abonnenten Über 500 Videos Über 36.000 Aufrufe Zudem noch fast anderthalb Jahre Arbeit Blut und Schweiß Für dieses eine Ding Für diesen einen Kanal Und jetzt soll alles kaputt sein? Für das ich so lange gekämpft habe Keine Livestreams mehr Für über 90 Tage Der beste Livestream meiner YouTube Karriere Leider auch der letzte von mir Für längere Zeit Einfach von 4 Zuschauern auf über 130 In unter 10 Sekunden Und dann meinte einer im Chat Mach mal ASMR Und so machte ich zum ersten Mal ASMR Im Livestream Von 4 Zuschauern auf 135 Leute Alter, sowas habe ich noch nie erlebt Jemals gemacht habe Das ist das rechtliche Erste Wenn wir Video machen Okay Ähm, hallo Leute G-g-g-g-g-g-g-guten Tag Ich hatte da keine Ahnung drin Aber wir machen jetzt hier noch die letzten Minuten Ich habe noch drei Minuten left Danach Leider muss ich ausmachen Das soll nur ein kleiner Layweight gewesen sein Aber wir kriegen das hier auch nicht Hast du rausgelern Alter, guck dir das tun, Alter Ehre Genommen Hast du rausgelern, was? Guck dir das tun, Alter Guck dir das tun, Alter Guck dir das tun, Alter Ehre Genommen Dieser Moment, wenn du endlich wieder Päcklack hast Dieser Moment, wenn der neue Topstar trifft Dieser Moment, wenn alle anderen nur Müll aus dem Rewort ziehen Und du realisierst Dass du wahrscheinlich die besten Food Champions Spielerbelohnungen der Welt bekommen hast Natürlich in Realation, dass wir nur Silber 1 bekommen haben Und die ganzen anderen Elite und so weiter geholt haben Beziehungsweise Elite Was haben wir da noch? Ja, Gold zum Beispiel Gold, da kriegst du ja schon viel, viel bessere Spielerbelohnungen Doch dann Okay, let's go No Speck No Speck No Speck No Speck Pst, pst Wokos, Wokos Ja, ja Ja, ja Ja, ja, Mann Ja, Mann Let's go, Alter Was sehen, LM Costa Ja, Mann, danke Es hat sich gelohnt, auf euch zu hören Und Ah, keiner Aber scheiß doch, Alter Costa 20 Uhr Oh, oh IK, die 88 in der drei Spiele Auswahl Was? Guck mal, Stream Treffer Hitmark Hitmark bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal którym Ist ein